Hallo Low Cup Fitties! Heute gibt's mega fix gemachten falschen Grießbrei, den du als Frühstück oder Nachtisch genießen kannst. Fix dafür einfach Milch deiner Wahl mit Wasser, Moor, Protein, Puddingpulver, Chunky Flavor, einer Prise Salz und Flohsamenschalen. Diese noch sehr flüssige Masse ergibt nach einer Stunde einen cremigen Pudding und Grießbreikonsistenz. Gib auf den Grießbrei, was du gerne magst. Ich hatte Heidelbeeren, mein Low Cup Granola und Mandelmus. Einen guten!